Herr Kollege Cohn-Bendit, es gibt eine Frage an Sie, die der Earl of Dartmouth an Sie richten möchte. Herr Erl, warum können Sie nicht verstehen, dass die Zeit der Erls ist vorbei, sie sind nicht die Lösung der Demokratie? Können Sie verstehen, dass wir in einem Zeitpunkt, dass in 30 Jahren kein Europa-Nationen-State, neither Großbritannien, neither Deutschland, werden wir als Teil der G8 einstellen? Können Sie verstehen, dass es diese Zeit vorbei ist? Können Sie über das Erl schreiben? Ich bin über das Erl schrecklich. Ich verstehe, dass ein Erl schrecklich über das Erl schrecklich ist, aber es ist eine krule Realität der modernen Welt. Kannst Sie, Herr Erl, verstehen Sie das modernen Welt?